Musik 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 Hallo Leute und willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's play Minecraft ähm ja wer ich hatte gerade eben schon mal kurz gemacht da hab ich gesehen der hat meine Stimme nicht aufgenommen und deswegen hier ja ich glaube ich halte mich jetzt einfach nicht hier mit auf ich hab deswegen auch schon hier so ein bisschen Eisenmüll inventar naja man kann sich ändern ich glaube ich muss jetzt erstmal nochmal Holz holen ich hab gar nichts mehr einfach gar nichts und ich sehe auch genau so viel wie wir haben nämlich gar nichts Moment so äh komm wir nehmen jetzt einfach mal Leder hallo ich glaub es hackt hallo 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 da haben wir wieder Holz h 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 das ist jetzt intelligent genug gelegt denke ich mal h 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 es ist einfach nicht ratsam h h h h h h h h h und jetzt ist in der Welt genug geordnet sein so und dann würde ich sagen gehen wir jetzt mal wieder genau das machen was wir zur Folge auch gemacht haben nur diesmal mit Holz ich muss mal gucken bei wieviel wir schon sind außer dass bei drei Minuten ich ziehe mir das mal da oben in die Ecke weil das bleibt da nämlich wer das ist jetzt Eichel Alter habe ich mich jetzt gerade erschrocken Scheiß-Ender-Man ey okay es wäre eventuell doch sehr ratsam sich einfach mal gleich von dahinten Dinge zu holen Kürbisse die ich ja noch dazu oh hallo Herr Creeper ich hab dich gesehen so vier Minuten Kürbisse jetzt passiert Kürbisse so unser Haus ist gut erkennbar von Kürbisse das war so intelligent ey das war so intelligent dass ich grad mal mein Kopf auf mein Lenkrad gehauen auf für ein Computer und das Lenkrad ey ich muss unbedingt mal was zu essen finden weil die Schafe geben hier leider noch nichts aber ich sollte ich könnte da eventuell Dinge drausholen mal ein bisschen Wolle halt Moment Moment ach ne ich hab das Eisen jetzt grad in der Truhe ne nein geh weg nein geh weg 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 nein Arschloch ich bezweifle dass hier weit dass wir hier weiter rumlaufen sollten nein lass mich in Ruhe lass mich doch eile einfach mal in Ruhe ich will doch nur ein bisschen spielen Mann das einzige Problem was wir haben werden sind wahrscheinlich Spinnen Creeper sind wahrscheinlich nicht so das große Problem war Spinnen ey diese Viecher gehen so auf dem Pissen es wird seit dass wir ein Dach bauen äh Eisen um uns mal eben eine Schere dass wir mal pennen können hier ich glaube da warten wir bis morgen früh so 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 ähm erst mal das was sie warum haben die gesagt ach so ja bestes Gras bestes Gras auf diesem Planeten haben wir überhaupt noch was zu essen? äh natürlich nicht so 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 dass es uns so dass ich erstmal unser Leben ein bisschen regeneriert so so zack 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 so 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 jay ich hab keine Horreffekten gekriegt sehr geil so so bauen wir hier mal eben das Haus fertig und ja so echt jetzt so oh lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe wie viel Fäden haben wir eigentlich einfach mal so ein Bett aus Fäden zusammengeschissen ich habe wahnsinnig viel FPS jetzt gerade das ist eine Zahl im verdammten einstelligen Bereich ich ich weiß es nicht ich muss mal kurz was machen oh schuldig wenn ich das in das jetzt gerade mal ein bisschen dauert weil ich hab grad so viele Programme auf einmal nebenher laufen das so gut toll doch er hat die Aufnahme gestoppt naja egal schneide ich das einfach beides zusammen die Soundaufnahme sowieso zusammen ich weiß ich warum ich die Schneebel haben will jetzt geht es mal nein das kann ich nicht wir können hier mit spielen später ja jetzt sind wir jetzt sind wir immer wieder so jetzt geh ich mir nochmal ein bisschen Holz holen aber hier sind überall so viele Viech hier ist überall so viel Geviech ich würde mich nicht mehr schieren doch mal auf einfach ich würde mich ich würde mich noch ja auch 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 und da hat man auch schon drei Wolle zusammen um sich schon wieder ein Zopi um 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 schießen die Pülze aus dem Boden die Fischer um 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 ich hab nichts anderes deswegen ist nicht das aus Verzweiflung nämlich nicht darum erinnert mich nicht an Omos Obst ich habe oft genug gesehen hier der bisher auf dem Schulhof gespuckt hat und scheiß Essen und Prozent es ist nicht eklig oder so ein in der nächsten Folge heute kommt sowieso eine Doppelfolge dann auch für mich er wenn man Kopfkissen Weißen sind ja also Wärtergeber das dann wirklich so wäre und so es ist fast Tag und ich gehe doch können Leckmann Bisschen Wärter ist aus Helden das meint man ein bisschen der Ausstieg kann zu machen der Gleitschein Moment ich kann ja auch zeigen welchen Schäler Leone aber das Modell Schäden der Suche ist guck mal hier die ägliche und da die Schatten kann und jetzt guck mal bei meinem Schäden ist so dunkel sein so ist in der Hand bei uns aber läuft in den ganzen Zeitraum läuft es so flüssig geliefert nie so flüssig kann sein wegen dem Texture Pack ja ich hab ja jetzt hier dies äh bei dir lagst du auch normal dass du kein Texture Pack drin hast das ist ein Texture Pack ja aber bei dir lagst du wenn du kein Texture Pack drin hast das liegt daran weil ich jetzt so viel im Hintergrund laufen hab ja ich würde das dazu machen die Klappe ich hatte noch Sticks ne du bist so ne schlauer Junge auch auch ich bin ein bisschen und deswegen ich nehme jetzt die Koppelstorpe 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 auch schon bemerkt Prozent Prozent ist das als gar kein Wort haben soll man ruhig Prozent 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 die Lebenskonten wird konnte man ja auch nicht geben habe ich recht und die 8 4 als Geduld verteilt wurde und weil ich glaube ich glaube ich bin im Stau wenn ich Auto frage ich mich nicht auf ich raste direkt aus und ich ich muss kurz Gucke 10 Minuten ich hätte es 16 Minuten so wenig auch das ist echt voll wenig ich mache den anderen Schädel und Flüssiger ein Wichter der Stiftung entschädigt es war auch nicht dunkel aus dem der Lektor schlüssig das heißt auch schlüssig aus schlüssig läuft auch nicht Egal was ich mache ich komme nicht höher als 14 FPS oder 15 deswegen bald habe ich ja einen neuen PC und dann wird das alles anders was? ich jetzt naja wie gesagt bald habe ich nur ein PC und damit alles anders oh so dann würde ich sagen gehen wir jetzt noch mal ein kleines bisschen Holzformen ja da hast du auch nicht überrascht und ich will also n n n n Prozent das möchte ich gut jetzt die ich muss unbedingt mal die Aufnahmen pausieren oder zumindest einmal Aufnahmestopp machen warum ich das machen muss ich mir gleich in die Hose mache ich muss nämlich ganz dringend mal auf dem Pott ja da ist ja wahnsinnig viel Holzball rausgekommen so würde ich sagen machen wir hier einmal einen Aufnahmestopp und sehen uns dann gleich wieder zurück zu einer neuen Folge weil heute gibt es eine Doppelfolge